Hey, heute wollte ich dir Pist Atten Pants zeigen. Die sehen so aus. Hier habe ich in blau und in lila. Das sind immer meine Lieblingsfarben im Moment. Und dazu male ich mir doch Bilder. Die wollte ich mir vorstellen. Ja, dann fange ich jetzt mal an. Ja, und so sehen die von innen aus. Das sind halt ganz normale Tusche Stifte, aber mit einer sehr feinen Spitze, die man hier sehen kann und auch hier sehen kann. Dann habe ich ihr nochmal gezeigt, wie die malen. Also so sieht das aus. Die waren schon fertig, die Sachen. Ich kann das eine jetzt auch nochmal gerade schnell beenden. 45 Grad Winkel. Und dann haben wir noch unten. Und schon hat man Würfel. Und die Hauptsachen sind halt Kreis, Quadrat, Kegel. Damit macht man sozusagen eigentlich alle Figuren und Zeichnungen. Ich zeige jetzt nochmal ganz kurz einen Kreis. Kann aber sein, dass der nicht ganz funktioniert. So, jetzt ist hier noch nicht ganz kreisförmig geworden. Aber jo. Das war's dann. Tschüss. Oh. So. Vielen Dank.